aber Autos braucht man echt unbedingt nicht mehr oder nicht mehr so wenn der Sprint weg ist wenn wir irgendwann wieder unendlich Sprint haben hallo nein was hast du getan ich wollte einsteigen hab aber mal wieder das berühmte Sprinten vergessen was machen wir eigentlich für eine Mission ich glaube das ist so eine Aktivitätseinführung war auf jeden Fall irgendein Nebenjob ja gibt das mal auf Peter hallo verdammt ach das ist Versicherungsbetrug wir dürfen uns wieder irgendwo hinwerfen lol ich habe noch gar nichts gedrückt wieso startet die automatisch Adrenalin au 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 also mit den Superkräften geht das leicht einfach nach oben springen und dann Maustaste drücken und runterfallen lassen mache ich jetzt sogar mal Leute es funktioniert lol wie ich mich drehe wie ich mich drehe wie ich mich drehe wie ich mich drehe au 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 ich spring mal so hoch wie du kannst und ganz oben drückst du mal die Maustaste das ist so ein himmlisches Gefühl lol ich schweb nach unten hilfst du mir ich grad nicht ich hab Schmerzen au 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 fuera Ist das krank? Au, au. Hilfe, ich hab voll die Schmerzen. Au. 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 Oh. Lol, komm mal her. Lol, was ist das denn? Au. Oh. Au. Was ist was? Au. Das hier oben. Ja, sowas nennt man Alienbrücke. What? Fliegen. Und fallen. Autsch. Ich hör dich schreien. Autsch. Ich bring das Geld nach Hause. Autsch. Au. 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 Alles muss rot sein. Au. Komm her, Krankenwagen. Fahr mir rein. Ich glaub an dich. Blöder Krankenwagen. Ich hasse dich. Guck mal, wie viel Geld wir jetzt bekommen. Yay, wir haben Silber. Aber ein bisschen was brauchen wir noch für Gold. What? Wow, 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 wow. Lol, ich steh in der Luft. Ich komm nicht mehr aus der Luft raus. Oh, oh, au. 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 Hallo, Bus. Fuck me. Ah. Hallo, Cop. Autsch. Ah. No, 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 no. Au. Pass auf, 160.000 vom Peter kommt drauf. Stell dich mal unter der Brücke und spring nach oben. Das sieht ja toll aus. Voll den Schädel eingetellt. Hallo. Autsch. Autsch. Und 180.000 vom Oli. Ich hab nur 37.000. Zack, 9.000. 14.000. Peter, leider. 38.000. Flieg, Peter, flieg, 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 flieg. 55.000. 84.000. Ich hab's geschafft. 91.000. Ja. 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 Na, 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 na. Ich hab Schmerzen. Ich hab... Kann man irgendwie verstehen, oder? Money. Boah, und wieder was auf Gold fertig. Wir sind gut. Ich bin hingefallen. Level 7. Ich denke mal, wir machen noch eine Mission, oder? Was ist das denn, Herr Schneider, oder? Aber hallo. Aber so eine richtig knackige Mission. Jo, lass mal eine Hauptmission. Ich will jetzt hier erst mal Fähigkeiten, ne? Wenn ich schon mal Level Up hab, dann muss ich das auch so was von ausnutzen. Hä, wieso gibt ihr mir das und ich kann nichts machen? Ah, doch hier. Na, Kampf, Superstärke. Erhöht die Stärke deiner Schläge. Ähm, es gibt hier eine Mission. So eine extra Mission. Da kriegt man eine Waffe in Für-O-Mat. Lol. Jetzt wird zugeschlamm. Im Getaway-Waffenlager kannst du dich nun mit dem Schender ausrüsten. Ach so, das ist das Teil, was wir haben. Schade, ich dachte, das wäre schon was Lustiges gewesen. Mach mal, mach mal. Hast du die Nebenaufgabe auch bekommen? Keine Ahnung, ich bin ja noch hier am Fähigkeiten machen. Boni. Bonus-EP. Her damit. Bonus-EP ist immer gut. Bonus-Bargeld. Nicht genug Geld. Okay, mein Geld ist alle. So, Spielpause. Wieso Spielpause? Kräfte. Kup-Ziermarkierung. Symbol auf der Zeige, das aktuelle Ziel deines Partners. Olli, die sagen, du wärst mein Partner. Guten Tag. Miau. Erreiche die Spitze des Torns. Woran sollen wir hochklettern? Boah, ja, fett am Schild hoch. Zack. Du, wieso bist du so weit weg von mir? Ach, bist du gar nicht, das ist das Ziel. Ich bin hinter dir. Gut so, du weißt, wo dein Platz ist. Was zur Hölle? Schau, mir vorbeifliegen. Do not run. Steht hier. Gut, flieh ich halt. Ne, guck mal. Do not run. Oh, hier ist so ein Blasting. Ach, das ist gar kein Blasting. Hier muss ich wieder was anderes machen, damit wir das bekommen, oder wie? Dann halt nicht. Nee, guck mal. Nee, guck mal. Alter, diese super Kräfte, ne? Die sind so geil. Die sind echt geil, ja. Und springen! Was bist du für eine Pussy? Renne ich über die Brücke? Ich habe keinen Sprint. Ich habe keine Ausdauer mehr. Da bin ich wohl der bessere Superheld. Oh, ich habe keinen Sprint mehr. Oh, dafür habe ich was anderes. Juhu! Oh, wir müssen noch... Ah, guck mal, wir müssen den Turm hier dafür hochkleiden. Dafür kriegen wir irgendwie Entführomat oder sowas. Entführomat, okay. Au. Aber das wollte ich haben. Hör mal, klaust du mir die Sachen. So, ich spring. Wo ist denn das Nächste? Oh, aber... Ach, wir sollen hier die Wand hoch. Nein, ich bin gefallen! Herzlich willkommen, ganz unten. Ja, dann nimm halt diesen Warp-Ding. Ne, mach ich nicht. Okay, ich mach's doch. Wo bin ich? Hey, du Sammler. Ja, ich mach's doch mal. Ah. Okay, wo geht's jetzt lang? Da hinten. Wo, 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 wo bin ich? Nein, ich will nicht ums Gebäude drumrum fliegen, verdammt. Jetzt bin ich gleich schon wieder ganz unten. Na ja, da geh ich lieber gleich zur Plattform. Ab nach oben. Ey, lol. Hier war der Turm vorbei. Schönen Dank für den Wartpunkt. Jetzt bin ich gleich wieder unten. La, 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 la. Ich hab's geschafft! So. Verdammt, ist das so. Au, ich komm nicht zu dir rauf. Tabulator, neues Zugriff-Update im Shop. Ja, haben wir? Was wakuum leichter langgerecht heute aus der Gesundheit. Pick up in der Rechnung gesorgt werden. Oh, ich hab wieder Bargeld. Schön viel Knete. Knete. Pube gerade, gesunde Haare. Leichte Erhöhung der Reichweite aus der Gesundheitspick up in deiner Richtung gesorgt werden. Olli, ich kann jetzt besonders gut saugen. So, ich geh dann jetzt mal zum... 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 Sprintifier. Oh, gute Idee, wo ist es? Folgt mir einfach. Ich fühl mich so frei. Ich auch. Unter mir oder über mir? Zwischen dir. Ich bin in dir drin. I believe I can fly. Aber nur, bis der Sprinter alle ist. Genau. Danach glaubst du, du kannst verdammt tief fallen. Ich glaube, ich fliege hier falsch. Ja. Da, ich hab's gefunden. Bin nämlich da. Ah, mein Sprint ist alle! Ich falle! Ich bin unten. Ich auch. Rass die Straße ganz. Lol. Aha. Vorbeigelaufen. Arsenal. Am Getaway. Uh, guck mal die Schrottfitte an die neuer. Welche neue Schrottfinte? Wir haben jetzt eine neue Schrottfinte bekommen durch die Musik. Uh, die sieht doch hübsch aus. Waffen kaufen, verbessern. Da guck ich doch gleich mal, was jetzt bei diesem Schläger hier noch alles an Anpassungen da ist. Boah, ich glaube, ich nehm Third Street. Obwohl. Hm. Nicht so meins. Ich nehm das. Was gibt's denn bei der Knache hier für schöne Stile? Sehens Lila, okay. Das war's schon, ihr Schweine. Ey lol. Was zur Hölle? Ah, die hier sieht am tollsten aus. Ich nehm die. So ein bisschen Schaden bei dieser... Die uns reinmachen. Wie? Ich hab'n Schaden. Ja, du hast'n Schaden. Ich will die Dubstrap gern. Ach, die hab' ich alle im Besitz. Übernehmen. Was haben wir denn bei der neuen Schrottfinte so für Stilsachen? Lol. Oh yeah. Standard-Schrottflinte hier. Die sieht ja ganz nett aus. Was zur Hölle? Guck dir mal die... ...den Ionen-Blaster an. Oh, der Schrottflinte? Ja, ja. Ich nehm' Standard. Ah, nicht genügend Geld. Äh, wo ist'n meine tolle Knarre hier? Hab' noch gar nicht geguckt, was man hier bei der verbessern kann. So, ne doch, hatte ich. Panzerbrechende Munition. Er hat erfolgreiches ganze Geld wieder rausgehauen, na wunderbar. Aber wenigstens kann man diesmal das Geld auch richtig schön verwenden. Oh ja. Naja. Peter? Das muss doch jetzt nicht sein, oder? Du liegst an der Mülltonne. Ich mag meine Knarre. What the fuck? Ich fliege. Ganz ruhig. Ich bin da wohl... Loll. Bist du friedlich? Nein. Loll. Loll? Was ist das? Ich hab'n Eiszapfen am Finger gehabt. Was soll das denn bitte mit dem Eiszapfen? Boah, ich find' meine Schrottflinte voll hübsch. Helf mir hoch, ich will meine Schrottflinte ausprobieren. Hä, Loll? Ich hab' automatisch geworfen. Entschuldigung. Wuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Wuaaaaaaaaaaah. Wuaaaaaaaaaaah. lol ich feuer immer noch obwohl ich eingefroren war wie du hilfst mir erst mal hoch kann ja wohl nicht wahr sein dann sieht man sich beim nächsten mal... oh warte ich will wissen was... oh warte Moment passt mal auf jetzt kommt's ich stecke dir drin lol ich dachte du bleibst dann hängen ich bin auch hängen geblieben bei mir stehst du bei mir hing ich nur aufgestanden um dann umzufallen so schluss jetzt naja dann würde ich sagen sie wird es aber nächstes mal von 24 und so ich verstehe schon nein verstehe ich nicht die anderen verstehen nein keiner versteht dich denn du bist ein monster was soll man damit machen womit fliegt peter der ollie hat irgendwas entdeckt was interessant scheint hä wo bist denn du gewonnen was ist das da unten wo genau weil das so ja keine ahnung da weiß ich auch noch nicht wahrscheinlich dieser komische stampfer teil dass ich im menü mal gelesen habe dieser steinstampfer oder wie bis zum nächsten mal Leute es geht ja schnell machts gut tschüss 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 tschüss